Herzlich willkommen bei der Firma Schlemming. Wir präsentieren Ihnen heute unsere Nobeisen der Firma Textilie. Hier haben wir einmal zwei verschiedene Größen. Das ist einmal 11,5 cm und einmal 14,5 cm. Geliefert werden sie derzeit in einer Kunststoffhülle, in einer Schutzkappe sozusagen, da diese sehr spitz zulaufend sind, wie man das hier vielleicht auch schon erkennen kann. So, dieses macht natürlich ein sehr präzises Arbeiten möglich. Ich möchte das einmal anhand dieses sehr feinen Stück Stoffes hier zeigen. Wir haben hier vorne so kleine Fransen, so ganz feine, sehr, sehr feine Fädchen. Ich möchte zeigen, dass man diese auch ganz genau mit der Spitze greifen kann. Hat auch sehr viel Grip dann da vorne drin. Ich versuche jetzt noch einmal etwas mehr zu greifen und dann nochmal neue Fransen herauszuziehen. Man sieht jetzt wirklich, dass ich auch wirklich bis in die Spitze sehr viel Kraft habe. Bei vielen Pinzetten ist es so, dass wenn man sehr stark drauf drückt, drücken sich hier vorne vielleicht schon Elemente zusammen, sodass wir dann hier vorne, dass die Spitze dann wieder auseinander gedrückt wird, sodass man gar keine Kraft mehr hat. Das ist bei diesem Nobeisen nicht der Fall. Das ist sehr, sehr praktisch und falls man diesen Zweck hat, dass man an der Spitze sehr viel Kraft benötigt, ist diese Pinzette sehr dafür geeignet. Ebenso natürlich auch die größere Variante. Man sieht, dass hier vorne gar kein Aufdrücken in diesem Bereich möglich ist, da hier vorne diese Spitze auch spitz zulaufend ist. Also dass wir hier vorne diese Biegung drin haben. So haben wir gar keine Möglichkeit, dass hier vorne die Spitzen auseinander gedrückt werden. Ja, aber weiteren Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Die Artikel sind unterhalb dieses Videos verlinkt.